Setzpunkt. Der Podcast des Hessischen Landtages. Dieser Podcast wurde am Montag, den 13. November 2023, fünf Wochen nach der Landtagsfahre am 8. Oktober aufgenommen. Am Freitag zuvor hatte der Ministerpräsident und Spitzenkandidat der CDU, Boris Rhein, verkündet, eine Koalition mit der SPD eingehen zu wollen. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Setzpunkt, dem Podcast des Hessischen Landtages. Ich bin Cornelius und ich bin Florian. Wir beiden sind die aktuellen FSJler und sind seit September hier im Hessischen Landtag und haben schon vieles erlebt. Cornelius, was war denn dein Highlight bisher? Mein bisheriges Highlight war der Wahlabend am 8. Oktober. Da fand eine große Veranstaltung hier im Landtag statt. Falls ihr schon mal da wart, wisst ihr ja vielleicht, wir haben ein relativ großes Foyer, aber das war an dem Tag eben nicht mehr ganz so groß, weil einfach viele Fernsehstudios da waren. Wir hatten das ZF da, die ARD, den Hessischen Rundfunk und die haben eben da die Wahl begleitet und ihre Sendung gehabt. Und es war einfach super spannend, da mal hinter die Kulissen zu schauen, zu sehen, wie viele Leute da eigentlich drin mit verwickelt sind. Und wir durften mit zusehen, wie die Interviews mit den Spitzenpolitikern geführt worden sind und dann gemeinsam mit allen Anwesenden eben auf die ersten Wahlprognosen warten. Ja, und danach ändert sich ja einiges und darüber wollen wir heute sprechen und haben uns einen besonderen Gast dazu eingeladen. Hallo, Herr Direktor beim Landtag, Herr von Unruh. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Genau, wir würden einfach mal kurz anfangen. Stellen Sie sich am besten mal vor. Mein Name ist Peter von Unruh. Ich bin, wie es schon gesagt wurde, der Direktor beim Landtag und damit der Verwaltungschef des Hauses. Wir haben im Landtag ja sozusagen die politische Bühne, wo das passiert, was man in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Aber damit Politik im Landtag passieren kann, haben wir auch eine Verwaltung im Hintergrund und die zu leiten und alles das zu tun, was notwendig ist, damit Plenarsitzungen, damit Ausschusssitzungen erfolgen können. Das ist die Aufgabe der Landtagsverwaltung und das versuchen wir so zu organisieren, dass die Abgeordneten gut arbeiten können. Also wir beide, wie gesagt, sind seit September da und jetzt würde uns mal interessieren, wie lange sind Sie denn schon beim Hessischen Landtag? Ich bin schon gut 20 Jahre beim Landtag, habe also schon einige Legislaturperioden, auch einige Enden von Legislaturperioden und Neuanfänge miterlebt. Und insofern kann ich auch ein bisschen auf Erfahrung bei der Konstituierung von Parlamenten zurückblicken. Können Sie uns nochmal kurz so beschreiben, wie Ihr Arbeitsalltag, wenn es den klassischen Alltag denn überhaupt gibt, so aussieht, was in Ihrem alltäglichen Leben Ihnen so begegnet? Also so einen richtigen Ablauf des Arbeitsalltags habe ich eigentlich nicht, sondern es kommen im Laufe des Tages ganz oft Überraschungen, wo man auf aktuelle Ereignisse reagieren muss, wo es Fragen von Abgeordneten gibt, die geklärt werden müssen, wo aber natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Themen kommen und fragen, wie soll es denn organisiert werden, was wollen wir denn machen? An manchen Stellen versucht ja auch die Landtagsverwaltung von sich aus Initiativen zu ergreifen mit Veranstaltungen, mit thematischen Schwerpunkten, die wir setzen, gerade im Bereich der politischen Bildung ist das ein Thema, das wir zu bearbeiten versuchen, wo es dann eben auch einen Input innerhalb der Verwaltung und von der Verwaltung in die Politik gibt. Das alles zu begleiten, zu steuern und am Ende auf gute Wege zu bringen, ist meine Aufgabe. Wir sind ja auch Teil des Landtags jetzt. In welchem Bezug stehen Sie denn immer zu den Freiwilligen? Ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir Menschen haben, die ein freiwilliges Soziales Jahr im politischen Bereich machen, ableisten, weil sie für uns einen ganz wichtigen Beitrag als Kontrollgruppe sozusagen sind. Wir machen politische Bildung und versuchen hier Menschen in den Landtag zu holen, gerade Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, die in einer Altersgruppe sind, in der eben auch gerade noch soeben die FSJler sind. Und deswegen ist für uns ganz wichtig, dass wir nicht nur Programme konzipieren, Planspiele uns ausdenken, Dialogveranstaltungen mit Abgeordneten machen, sondern immer auch das Echo bekommen, wie reagieren denn Jugendliche eigentlich darauf. Und deswegen ist mir persönlich und gerade auch für den Arbeitsbereich politische Bildung der Beitrag unserer FSJlerinnen und FSJler ganz besonders wichtig. Wir haben ja als Thema diese Folge, was passiert eigentlich zwischen der Wahl? Also die Abgeordneten wurden ja jetzt gewählt und jetzt ist die Frage, die wir uns gestellt haben, sind denn die neuen Abgeordneten schon da? Das muss ich mit Ja und Nein beantworten. Sie sind sicherlich schon da, wenn es um Fraktionssitzungen geht, wenn es um die Vorbereitung des Mandates geht. Sie sind, weil der Landtag in seiner neuen Form ja noch nicht konstituiert ist, noch nicht als neue Abgeordnete da. Diesen Status gewinnen sie, wenn sie an der konstituierenden Sitzung teilgenommen haben. Bis dahin heißen sie gewählte Bewerberinnen und Bewerber, so steht das im Gesetzestext. Und das ist so eine Zwischenstufe. Gewählt sind sie, sie haben das Mandat angenommen, aber sie sind noch nicht Abgeordnete. Also dann kommen Sie eben zur konstituierenden Sitzung, haben Sie gerade gesagt. Vielleicht könnten Sie das nochmal ein bisschen näher erläutern. Was ist denn eine konstituierende Sitzung? Da muss man bei dem jetzigen noch amtierenden Landtag anfangen, dessen Amtszeit endet nach fünf Jahren und dann ist erst mal kein Landtag vorhanden. Dann geht es darum, dass sich ein neuer Landtag konstituieren muss. Das ist der Fachausdruck, kommt aus dem Lateinischen und meint, der Landtag wird festgestellt, er wird neu errichtet. Und das ist das, was wir unter konstituierender Sitzung verstehen. Der Landtag der 20. Legislaturperiode ist dann zu Ende und ein neuer beginnt. Dazwischen fällt die sogenannte Diskontinuität. Also alle Aktivitäten, die der Landtag vorgenommen hat, der jetzt amtierende, fallen dann weg und der neue Landtag beginnt völlig neu. Und wir haben uns gefragt, wenn wir gerade auch nach Bayern schauen, die ja parallel zu uns die Landtagswahl hatten, die hatten jetzt schon die konstituierende Sitzung. Warum ist das in Hessen erst im Januar, wo die Wahlen schon im Oktober waren? Das liegt an unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Situationen. Bei uns ist es so, dass die neue Legislaturperiode oder Wahlperiode beginnt, wenn die des vorherigen Landtags endet. Und bei uns endet die Wahlperiode am 17. Januar des nächsten Jahres. Dann sind fünf Jahre um seit der letzten Konstituierung. In Bayern ist es so, da steht in der Verfassung, der Landtag muss sich 21 Tage nach der Wahl konstituieren. Und deswegen haben die da ein relativ strenges Zeitmanagement und müssen nach 21 Tagen die konstituierende Sitzung abhalten. Wir haben uns jetzt angeschaut, was die Abgeordneten so machen bis zur konstituierenden Sitzung. Was machen denn die Parteien, wenn die Abgeordneten da Mitglied sind? Die Parteien, das können wir ja gerade aktuell sehr genau beobachten. Am letzten vergangenen Freitag hat der Ministerpräsident und Parteivorsitzende der CDU gesagt, mit wem er eine Koalition eingehen möchte. Das heißt, für die Parteien, die an der Koalition beteiligt sind, kommt jetzt eine Phase, wo ganz viel Arbeit bevorsteht. Die werden in Arbeitsgruppen die verschiedenen politischen Themen bearbeiten und daraus dann Formulierungen für eine Koalitionsvereinbarung finden und treffen, die dann am Ende von den verschiedenen Gremien der Parteien entsprechend befürwortet werden müssen, damit sie wirksam werden können. Die Oppositionsparteien werden sich neu einstellen auf ihre Arbeit als Opposition. Auch die werden sich inhaltlich Gedanken darum machen, wie sie sich aufstellen wollen, welche Initiativen, abgeleitet vielleicht aus den Wahlprogrammen, sie dann im Landtag ergreifen wollen, wie sie sich selber organisieren. Das ist dann eine Aufgabe, die die Fraktionen hier klären müssen. Also im Moment ist so eine Phase der inhaltlichen Aufstellung sozusagen für die Parteien und für die Fraktionen ist es auch ein Stück weit, wie stellen wir uns organisatorisch auf, wer übernimmt welche Aufgabe, wer wird Sprecher für welches Fachgebiet. Das sind die Themen, die die Fraktionen hier jetzt vorbereitend für die nächste Wahlperiode angehen werden. Sie haben jetzt erzählt, was die Parteien und Abgeordneten nach der Wahl machen. Wir möchten mit Ihnen als Landtagsdirektor, der Sie ja Verwaltungschef des Landtags sind, wie Sie vorhin schon gesagt haben, noch mal einen Blick darauf werfen, was die Verwaltung alles ändern und sich neu einstellen muss zwischen Wahl und Konstituieren der Sitzung. Könnten Sie uns da noch mal einen kleinen Überblick geben? Das Sichtbarste, was wir zu tun haben, ist den Plenarsaal umzubauen. Der ist im Moment ja so gebaut, dass sich die Fraktionen dort abbilden. Wir haben sehr flexible Möglichkeiten da, tatsächlich die Fraktionen in Gruppen zu setzen. Und zwischen den Fraktionen sind dann immer ein paar Durchgänge, sodass tatsächlich immer erkennbar wird, hier ist die erste Fraktion, dann schließt sich eine weitere an und so geht das dann im Halbrund eben in den Plenarsaal. Die Mehrheitsverhältnisse haben sich geändert, also die Zahlenverhältnisse an Abgeordneten haben sich geändert. Das heißt, wir müssen das jetzt so zurechtrücken, wie es sich dann im nächsten Landtag abbildet. Und eine Fraktion ist aus dem Parlament ausgeschieden oder wird ausscheiden mit der Konstituierung. Das heißt, insgesamt kann man sich vorstellen, die Plätze werden sich ein bisschen anders verteilen, als das der Fall ist. Das muss passieren zwischen der letzten Sitzung des alten Parlaments und vor der ersten Sitzung des neuen Parlaments. Die Vorbereitungen müssen wir aber jetzt treffen und es ist mehr als nur Pulte zu verrücken, denn darunter liegt eine ganze Menge Technik, Mikrofone, Kabelanschlüsse, solches. Und all das muss dann entsprechend gebaut und dargestellt werden. Verändert sich denn außerhalb des Plenarsaals auch noch was bei uns in den Gebäuden? Auch da ist es so, dass natürlich die Mehrheitsverhältnisse darstellen, dass Fraktionen, die viele Abgeordnete mehr haben, jetzt mehr Räume brauchen, beziehungsweise andere Fraktionen, die weniger Abgeordnete haben, natürlich auch Räume abgeben müssen. Sodass auch in der Raumaufteilung sich die Mehrheitsverhältnisse sehr klar widerspiegeln. Eine Fraktion, die bisher zehn Mandate hatte und jetzt 15 hat, braucht einfach fünf Abgeordnetenbüros mehr. Und so kann man sich das auf die Gesamtgröße des Parlaments entsprechend hochrechnen. Also wird es nicht nur im Parlament, im Plenarsaal, sondern eben auch in den Verteilung der Räumlichkeiten Veränderungen geben. Was ja sicherlich auch noch ein bisschen die größere Herausforderung fast ist, weil man da ja räumlich noch viel begrenzter arbeitet als im Plenarsaal. Die Abgeordneten, die jetzt neu kommen, was kriegen die als Vorbereitung, sei es jetzt inhaltlich irgendwie, aber auch technisch, die brauchen ja auch ihre Materialien und so. Was kriegen die als Vorbereitung? Rein technisch, wenn ich da anschließe, ist es natürlich so, dass sie eine IT-Ausstattung bekommen, mit der sie hier arbeiten können, die in die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur eingebunden sein muss, die entsprechend auch abgesichert sein muss. Das heißt, jeder dieser neuen Abgeordneten wird sich mit unserer IT zusammensetzen und dort entsprechend ausgestattet werden. Das ist was, was die für ihre Arbeit natürlich brauchen. Dann gibt es ganz viele andere Fragen, die natürlich bearbeitet werden. Abgeordnete werden jetzt ein Büro in ihrem Wahlkreis neu organisieren müssen. Sie werden möglicherweise einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einstellen. Da müssen Verträge gemacht werden. Da gibt es bei uns Musterverträge, wie das aussehen könnte beispielsweise. Also die Organisation des eigenen Büros steht für die Abgeordneten im Moment sicherlich ein bisschen im Mittelpunkt. Die Kanzlei hat aber ja auch Angebote, Stichwort Besuchergruppen, die die Abgeordneten hierher einladen können. Da muss man ihnen sagen, wie das funktioniert. Es gibt eine ganze Menge sonstige Angebote der politischen Bildung. Wir haben internationale Freundeskreise, die sich vorstellen werden und die, wo Abgeordnete mitwirken können. Und es gibt natürlich den gesamten großen Bereich der politischen Mitwirkung. Wie stelle ich eine Anfrage an die Regierung? Wie kann ich Initiativen der Fraktionen organisieren? Das tun wir allerdings ein Stück weit in Zusammenwirken mit den Fraktionen. Da sind wir gar nicht die ersten Ansprechpartner, sondern da haben natürlich ja auch die schon im Haus befindlichen Fraktionen jahrelange Erfahrung und vermitteln das den neuen Abgeordneten fast mehr fraktionsintern. Da sind wir als Landtagsverwaltung gar nicht in dem Maße gefordert. Aber wir machen gerade morgen und nächste Woche nochmal eine Informationsveranstaltung für alle Abgeordneten, in der wir alle Funktionen, die die Landtagskanzlei hat und anbietet, auch nochmal vorstellen und präsentieren, wo die Abgeordneten mit ihren Fragen kommen können. Und wir versuchen, sie so gut es geht zu beantworten. Springen wir jetzt mal zum 18. Januar, dem Tag der konstituierenden Sitzung. Wie läuft denn so eine konstituierende Sitzung ab? Die konstituierende Sitzung ist der Einstieg in die Arbeitsfähigkeit in der neuen Legislaturperiode. Das heißt, wir fangen tatsächlich an, alles neu zu regeln. Die Sitzung wird eröffnet vom Alterspräsidenten. In diesem Fall ist es tatsächlich ein Mann, das wissen wir schon. Das heißt, der älteste Abgeordnete des Parlaments eröffnet die Sitzung, weil wir ja noch keine neu gewählte Parlamentspräsidentin oder Parlamentspräsident haben. Und die ersten Schritte, die dieses Parlament dann macht, werden eben vom Alterspräsidenten erledigt. Dazu gehört zuallererst eine Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Landtages, also über die Regeln, nach denen der Landtag in Zukunft arbeiten wird. Und das ist auch die Voraussetzung, damit dann alle weiteren Schritte an diesem Tag erledigt werden können. Wenn die Geschäftsordnung beschlossen ist, dann wird die Tagesordnung festgestellt. Und danach geht es daran, die Landtagspräsidentin oder den Landtagspräsidenten zu wählen. Das ist die erste wichtige Wahl, die wir in der konstituierenden Sitzung vornehmen. Die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident, die dann gewählt sind, die übernehmen dann die Sitzungsleitung, springen also sofort in die Funktionen des Parlamentspräsidenten und übernehmen alle weiteren Schritte, die dann durch das Parlament zu erledigen sind. Dazu gehört dann die Wahl von Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Und dann kommt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die einfach beschlossen werden müssen. Weitere Regularien, weitere Personalien, die für die Arbeitsfähigkeit des Parlaments in der kommenden Legislaturperiode notwendig sind. Das sind viele, viele Einzelschritte, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen möchte. Ein Höhepunkt der konstituierenden Sitzung ist dann die Wahl der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten. Das ist eine geheime Wahl auf Antrag einer Fraktion. Das heißt, das wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil alle Abgeordneten dafür ja in Wahlkabinen müssen und dort einen Wahlzettel ausfüllen müssen. Das ist eine geheime Wahl. Es steht so in der Verfassung und deswegen muss das auch so durchgeführt werden. Nach der Wahl wird die gewählte Person von der Landtagspräsidentin oder dem Landtagspräsidenten vereidigt. Dann gibt es eine Sitzungsunterbrechung, weil der neu gewählte Ministerpräsident die Ministerpräsidentin das Kabinett ernennen wird. Dazu zieht man sich kurz zurück. Es gibt dort einen eigenen Ernennungsakt. Und wenn das geschehen ist, kommt der Ministerpräsident wieder zurück in das Plenum, teilt dem Plenum mit, wer zur Ministerin, zum Minister ernannt worden ist. Und das ist in Hessen eine Besonderheit. Dann muss das Parlament diesem Kabinett nochmal das Vertrauen aussprechen, damit es die Arbeit aufnehmen kann. Und das ist der wesentliche Ablauf unserer konstituierenden Sitzung. Wenn das alles geschehen ist, dann wird die Sitzung auch wieder geschlossen. Wenn die Sitzung dann beendet ist, wie Sie gesagt haben, was passiert nach der konstituierenden Sitzung? Wie geht es dann in den Parlamentsalltag über, was für Schritte passieren? In den Parlamentsalltag geht es dann über. Dann wird der auch in der konstituierenden Sitzung gewählte Ältestenrat nochmal zusammentreten, um die nächste Sitzung des Parlaments schon vorzubereiten. Und danach fangen die Gremien des Parlaments an, ihre Arbeit aufzunehmen. Das tun sie dann in den verschiedenen Konstellationen, beispielsweise in den Ausschüssen. Da hätten wir noch eine Frage zu. Welche, also Sie haben gerade die Ausschüsse erwähnt, wie funktionieren die denn? Was machen die? Die Aufgabe der Ausschüsse ist im Wesentlichen die vorbereitende Arbeit vor den Plenarsitzungen. Das kann man gut deutlich machen an Gesetzesberatungen beispielsweise. Bevor ein Gesetz beschlossen wird, wird es ins Parlament eingebracht. Da gibt es eine erste Lesung. Das heißt, da gibt es eine grundsätzliche Aussprache über die Inhalte des Gesetzes. Dann wird ein Gesetz immer in die zuständigen Ausschüsse verwiesen, wo die Fachberatungen stattfinden. Da wird dann sehr detailliert geguckt, was wird das Gesetz erreichen, wie viel kostet es möglicherweise, welche Folgen wird es haben. Da gucken die Fachpolitiker nochmal aus ihrer Perspektive auf das Gesetz und geben eine Beschlussempfehlung ab, wiederum an das Plenum, wie mit dem Gesetz zu verfahren ist, ob man es annehmen oder ablehnen soll. Und dann kommt es wieder ins Plenum und da gibt es eine zweite Lesung. Und möglicherweise, je nachdem, wie das Gesetz angesehen wird, kommt es zu einer dritten Lesung. Das heißt, es gibt eine Rückverweisung nochmal in die Ausschüsse. Dann gibt es eine weitere Beratung in den Ausschüssen. Und dann kommt das Gesetz manchmal jedenfalls zur dritten Lesung wieder ins Plenum zurück. Und dann wird es beschlossen. Also daran sieht man, die Ausschussarbeit ist im Wesentlichen. Fachpolitiker bereiten nochmal genauer und gründlicher vor, was im Plenum gar nicht so detailliert gemacht werden kann. In den Ausschüssen finden auch Anhörungen mit Fachleuten statt beispielsweise. Also dort ist die vertiefte Beratung eines Gesetzes vorgesehen. Könnten Sie uns noch kurz erläutern, wie sich die Ausschüsse zusammensetzen, also wie die Mitglieder da reinkommen? Das ist auch tatsächlich eine der Dinge, die wir ganz am Anfang der Legislaturperiode tun. Nicht gleich in der ersten Sitzung, aber dann. Die Fraktionen benennen uns jeweils Mitglieder für die Ausschüsse. Und dabei ist es wichtig, dass auch in den Ausschüssen die Mehrheitsverhältnisse sich so widerspiegeln, wie sie im Plenum vorhanden sind. Also auch da müssen die Fraktionen natürlich die Mehrheit haben, die auch im Plenum die Mehrheit haben, damit das entsprechend immer dann auch in den Beratungen sich widerspiegelt. Sie haben eben den Ältestenrat erwähnt. Also vielleicht müssten Sie das den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz erklären. Sitzende die Ältestenabgeordneten oder wie setzt sich der zusammen? Der Name täuscht tatsächlich ein bisschen. Früher war das sicherlich so, da saßen die Ältesten und erfahrenen Abgeordneten und haben beraten. Heute werden dort von den Fraktionen Abgeordnete hin entsandt. Und das müssen nicht zwangsläufig die Lebensältesten sein, sondern oft sind es die, die tatsächlich schon parlamentarische Erfahrung haben. Das ist oft gewünscht natürlich, weil es manchmal Themen und Probleme gibt. Und die zum Themenfeld, wie läuft die nächste Plenarsitzung ab, beispielsweise zu besprechen sind. Und da ist es hilfreich, wenn da Menschen sitzen, die schon mal ein bisschen Erfahrung mitbringen aus vielleicht der vorhergehenden Legislaturperiode. Wir haben jetzt noch eine persönliche Frage an Sie. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen eigenen Podcast, also nehmen auch so Folgen auf. Und da wäre unsere Frage, wen würden Sie denn zur ersten Sitzung einladen, also zur ersten Folge und warum und worüber würden Sie auch vielleicht mit der Person sprechen? Ganz spannend ist, glaube ich, tatsächlich mit den jüngsten Abgeordneten aus den jeweiligen Fraktionen zu sprechen. Und darüber, mit welchen Erwartungen Sie hierher gekommen sind und was am meisten abweicht von dem, was Sie eigentlich erwartet haben. Da ist vielleicht auch der Bezug gerade bei diesem Podcast, der sich ja vor allem auch an junge Leute richtet, die Nähe noch relativ groß. Und vielleicht ja auch der Mut zu sagen, oh, das könnte auch für mich eigentlich eine Perspektive sein. Bei der nächsten Wahl gucke ich mal, ob ich Abgeordneter werden kann. Und insofern, glaube ich, ist diese Einstiegserfahrung in diese Welt des Parlaments von jungen Leuten ein ganz spannendes Thema. Das wäre meine nächste Fragerunde. Vielen Dank. Die Idee nehmen wir mit. Vielleicht setzen wir sie ja auch um. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir jetzt noch die Empfehlung, natürlich dem Landtag auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, Ex-Mastodon oder weiteren zu folgen. Oder sich auch mal auf den Webseiten hessicher-landtag.de oder auf der Jugendwebseite, die es auch gibt, junger-hessicher-landtag.de umzuschauen. Da gibt es unter anderem auch schon von uns FSJ-Land einen Bericht zum Wahlabend, wo wir von unseren Erfahrungen so ein bisschen erzählen und viele weitere Angebote da gerne einmal umschauen. Genau. Außerdem empfehlen wir euch natürlich auch noch die sechs Folgen, die vor dieser Folge erschienen sind vom Podcast Setzpunkt. Spannende Themen im Gespräch mit dem alten Landtagspräsidenten Boris Rhein, der jetzt Ministerpräsident ist oder war mit der neuen Landtagspräsidentin, dann aber auch über das Thema jüdisches Leben in Hessen. Wir haben jetzt viel über die konstituierende Sitzung gesprochen und da empfehlen wir euch eben am 18. Januar auch mal online vorbeizuschauen. Unsere Demokratie soll transparent sein und das ist auch eben durch so ein Livestream auf der Webseite des Hessischen Landtags möglich. Da einfach mal vorbeischauen, wenn es euch interessiert, wenn ihr euch mal auch ein Bild machen wollt, worüber wir jetzt gesprochen haben. Das war ja sehr viel Text. Genau. Dann bleibt uns nur noch, uns zu bedanken bei Herrn von Unruh für die ausführlichen und sehr spannenden Antworten auf unsere Fragen und uns zu erabschieden bei unseren Zuhörern und Zuhörern. Vielen Dank für die spannenden Fragen. Vielen Dank für's Zuschauen.